Die Löwin ist auch privat richtiger Radfan und von diesem Produkt absolut begeistert. Fashion is a little bit my thing. und eine Expertin im Vertrieb ist ungern. Darum fragen wir und es entsteht sehr viel Überschuss. Das ist eine Wir wollen mit Vula eine Babydecke oder Katze im zweiten Schritt Wir stehen mit diesem Konzept im Grunde genommen noch ganz am Anfang. Du trägst dich selbst. Ja, dein Porträt. Echt? Cool. Ja, sieht gut aus. Poli-Acryl-Gemisch, das hat mir sehr geleitet. Aha. Und was wir jetzt suchen, ist, wir suchen einen Übergang dorthin. Ihr laufendes Geschäft, das ist quasi das Bein der Sicherheit. Und empathisch verstehe, was sie damit machen. Reidenschaftlich als Investor reinzugehen, weil man merkt, da ist so kein Skin in the Game, ja, sagt man so schön. Die einfach erschreckend sind in der Welt, obwohl ich das Konzept sehr schön finde, aber aus den Gründen bin ich raus. Dei? Drei